Denn dazu sagen, nicht verfügbar. Die Scheiße hier ist nicht verfügbar. Deswegen treffen sich ja gerade alle, weil die Scheiße nicht verfügbar ist. Oh, sorry. Ja, es scheint... ...bisschen und nicht weiter. Bis dahin muss ich ja wohl erstmal das Auto, äh, das Auto da spiele. Fertig geladen haben. Und dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge und auch hier die Aufnahmesession, weil... ...wie man sieht, ich komme nicht weiter.